Der Softwarearchitekt bei Deasy ist jetzt nicht nur allein technischer Natur. Wir beschäftigen uns auch viel mit den Anforderungen des Kunden. Wir haben mehrere Produkte. Wir haben die ganze Palette von Desktop bis Web, Mobile, Cloud. Die grundlegende Struktur festlegen, die dafür sorgt, dass das Ganze auch eine gewisse Stabilität hat. Dass man jederzeit eine Erweiterung machen kann. Die Stützlast erhöhen kann. Die Änderungen, die man an der Software vornimmt, die sind dann einfach größer als Architekt. Es gibt alle zwei Wochen oder so ein kleines Mitarbeitergespräch, wo man halt auch eigene Themen vorbringen kann. Das, was auch sehr gut bei uns ist, ist die Infrastruktur. Das finde ich wirklich faszinierend. Das hat nicht jede Firma eigene Rechnung und auch die Servers, mit denen wir arbeiten, die sind wirklich high-end. Deasy hat mich zum Sport machen gebracht, mal wieder. Einmal die Woche kommt ein Coach und alle zehn Wochen gibt es eine andere Art Sport. Wir freuen uns, wenn du dich bei uns bewirbst als Softwarearchitekt. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen und wir freuen uns schon, dich kennenzulernen.